Wir sind zurück bei Manfred von Karstein. Hier unten haben wir Cartoonie von Senkehof, die die Westverteidigung vornimmt und so ein bisschen gegen Oxiotel abschirmt, falls er sich das mit dem Waffenstillstand doch nochmal anders überlegt. Hier haben wir auch zweimal Ork-Armeen. Diese Ork-Horde ist so ein bisschen schwierig geworden, nachdem wir das letzte Mal gesehen haben, dass die Orks hier auf hoher See ziemlich aggressiv gewesen sind gegen Dan Wallace. Und hier sehen wir, dass diese Orks uns auch hassen. Also es könnte tatsächlich sogar sein, dass wir hier von Wild-Orks angegriffen werden. Bei der Festung der Morgendämmerung mache ich mir keine Sorgen. Doch ein Thor Super in Dark könnte da schon anders aussehen, wobei die hier schon im Verschleiß sind. Aber dennoch müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Auch dafür ist Cartoonie wichtig und deswegen bleibt sie hier, auch wenn wir Ternowin wahrscheinlich erstmal doch nicht mehr zu Gesicht bekommen. Denn wir haben eine kleine Konklave errichtet im südlichen Zipfel von Lustria mit Dan Wallace von Karstein, der hier die Schäde Schnitzers Bleibe errichtet hat. Und Ternowin ist hier schon am Herumschla-Wenzeln. Der hatte richtig Lust auf eine Konfrontation. Wir müssen Dan Wallace natürlich hier rüberschicken, das haben wir letztes Mal schon gemacht. Damit Ternowin nämlich nicht in einer Runde hier angreifen kann. Wir haben hier nur eine 14er Garnison drin, die ist stark geschwächt. Ternowin könnte das ganz einfach zerstören. Doch an Dämmungsgipfel kommt er nicht so ohne Weites ran. Denn wenn er hier hin möchte, müsste er hier einmal anlanden und könnte erst in der nächsten Runde rein. Und in der Zeit könnten wir uns mit Dan Wallace auf ihn stürzen. Wir reihen jetzt noch eine Runde aus und dann können wir tatsächlich auch so eine Schlacht eingehen. Wie diese hier gegen den legendären Kommandanten Ternowin. Wir gucken noch mal ganz kurz, ob wir hier was ausbauen können. Können wir? Das heißt, hier kommt noch der Schafott rein. Wunderbar. Dann haben wir hier oben den Blob des Todes. Ich nenne ihn heute einfach auch mal den Blob des Untergangs. Und dieser Blob wird sich jetzt hier um die Zwerge kümmern. Die Zwerge, viele, viele Armeen, die sie hier mit in die Schlacht führen, das ist insofern schlimm, weil sie halt sehr, sehr starke Kommandanten haben. Das heißt, wenn du hier zwar nur so eine Ava-Armee hast und hier nur eine 8. Armee, machen die trotzdem richtig viel Schaden, weil diese Helden einfach so stark sind. Gerade wenn sie dann als Unterstützungsarmee kommen. Das heißt, wir werden auch nicht als Blob agieren. Jedenfalls nicht in der Offensive. Wir werden nur in der Defensive als Blob agieren, damit wir nämlich jetzt mit dem Blitzschlag arbeiten können. Wir haben hier Alaric Ranulfson mit einer Armee, die sich eigentlich machen lässt. Ist auch nur eine 18. Armee. Da fangen wir doch damit mal an, dass Sefiko sich um Alaric Ranulfson kümmert. Und zwar im Blitzschlag. Sefiko macht das. Der kriegt das hin. Ich glaube an ihn. Im Blitzschlag, Pyros Sieg, wir würden fast alles verlieren. Das heißt, wir müssen das selber spielen. Heute müssen wir die eine oder andere Schlacht manuell führen. Aber diese Schlachten werden sehr, sehr wichtig sein, damit wir hier auch weiterhin gut überleben und bestehen gegen die Zwerge. Denn die Zwerge haben hier wirklich ein Bollwerk aufgestellt in Todesklamm. Und dieses Bollwerk müssen wir jetzt mit unserer Vernichtungs-Blob-Maschinerie einfach überrennen. Wir müssen irgendwie eine Bresche schaffen, durch die wir durchdringen können. Und diese werden wir auch schaffen. Jetzt mit der Sefiko-Armee, die noch nicht hundertprozentig ideal ist, weil wir einen kleinen Geisterüberschuss haben. Aber es reicht auf jeden Fall, um hier sehr gut zu dominieren in dieser Schlacht. Das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Wir gucken uns einmal kurz an, was der Feind hat und wie wir uns aufstellen können. Der Feind hat Giro-Bomber. Ja. Und wir haben Kanonen und Geräuschleudern. Alles klar. Hier eine Reihe an Fernkämpfern. Und hier vorne haben wir unterschiedlich starke Nahkämpfer. Okay. Das heißt, wir können mit unserer Luftstaffel relativ viel anrichten hier. Sefiko leider nur zehn Winde der Magie. Das ist aber in Ordnung. Die Flederbestien können ja mitmachen. Das heißt, ihr seid Steuergruppe 2. Dann haben wir hier auch eine Reiterei. Die mag ich eigentlich ganz gerne, weil wir hier eine schöne Mischung haben aus Blutrittern und Sehnsenreitern. Gerade gegen die Zwerge. Massiv effektiv. Und dann stellen wir uns hier mal auf mit unserer Schlachtreihe. Und die Schlachtreihe ist natürlich gezeichnet davon, dass wir ganz besonders viele Gespenster haben. Das ist aber erstmal in Ordnung. Wir können das auf kurz oder lang nochmal ändern. Vielleicht sind wir sogar zufrieden damit. Aber im Großen und Ganzen ist halt das Problem daran... Ich muss einmal kurz gucken, hat er das übernommen? Ne, er hat das nicht so aufgestellt, wie ich es wollte. Vielleicht, wenn wir euch zur Steuergruppe machen. Ja, manchmal will er nicht. Manchmal will er nicht. So kriegen wir es hin. Wir versuchen es noch einmal. Ne, so will er nicht. Alles klar. Dann müssen wir das jetzt einfach im kleinschrittigen Maschinerieprozess machen. Ich glaube, das ist auch soweit in Ordnung. Und dann gucken wir mal, ob wir hier gut weiterkommen. Auch da steht er das jetzt nicht so auf, wie ich das möchte. Wir lassen das einfach mal so. Ist mir jetzt egal. Wir kommen auch damit gut zurecht. Gut, ihr werdet einmal gesperrt. Das ist Steuergruppe 1. Ihr bleibt so, wie ihr bleibt. Aber ihr bekommt noch eine Unterstützung. Wir haben ein Mordeschrein auf der linken Seite. Wir haben Mordeschrein in der Mitte. Mitte rechts. Weil wir hier natürlich über ein Flankenmanöver reinkommen. Und somit hier die ganz rechte Seite nur dafür da ist zu flankieren. Deshalb ist es auch gar nicht verkehrt, dass wir hier zweimal Gespenster nebeneinander haben. Das ist schon in Ordnung. Groftschrecken kommt demnach auch ein bisschen mehr mit dem Linksfokus. Und der Vargulf kommt ein bisschen weiter nach rechts, weil die Slayer sind auf der linken Seite. Und ihr kommt alle auch nochmal in Steuergruppe 1 mit rein. Und wir sperren das nochmal einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Und starten dann das Gefecht und gehen hier schon direkt rüber mit unserer Armee. Bewegt euch schon mal. Bewegt euch schon mal nach vorne. Auch die Kavallerie bringt sich schon mal in Stellung. Und auch hier die Flederbestien. Die kommen auch schon mal nach vorne. Und Sefico kann natürlich hier schon mal ein bisschen Schaden anrichten an den Girobomber. Das finde ich sehr, sehr gut. Und dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen Spaß haben können. Mit vor allem den Slayern. Gerade die Slayer sind wichtig, dass wir die rausbekommen. Die sind, wie gesagt, immer die schlimmsten. Sefico bekommt hier ein bisschen Beschuss ab. Wir nehmen das aber in Kauf, da wir jetzt nämlich hier gut die Feinde an Ort und Stelle lassen konnten. Jetzt können wir uns auch heilen. Wir können uns ein bisschen mehr Resistenz geben und einmal auf den Feind draufspucken. Und dann können wir uns auch gerne nochmal mit der Anrufung des Nihack heilen. Denn das ist alles soweit in Ordnung. Wir gehen hier schon mal in den Angriff rein. Denn es ergeben sich hier gerade viele gute Dinge. Und dann kommen hier auch nochmal schöne Zombies mit rein in den Feind. Und dann passt das soweit. Dann passt das soweit. Sefico haben wir ja schon einmal fast vor einer Klippe springen sehen. Irgendwie funktioniert das heute nicht so richtig mit der Aufstellung, wie ich es mir vorgestellt habe. Ihr seht das aber ja selber. Aber das ist alles nicht so schlimm. Sefico, hab mal bitte deine Leute besser. Besser im Griff. Das kriegen wir alles hin. Das ist alles nicht das große Problem. Wir müssen, ja, einfach ein bisschen improvisieren. Aber das können wir ja. Da sind wir ja gut drin. Das können wir ja wirklich. Das heißt, wir gehen hier einmal kurz rein. Wir gehen hier einmal kurz rein. Und jetzt kommen von hier unsere Einheiten, die hier reindrücken. Dann sollte das alles passen. Wir sind hier schnell in der Bindung der Feinde drin. Die Slayer sind fast tot. Wir können mit unseren Flugeinheiten hier runter gehen. Jedenfalls die Flederbästchen können das machen. Und dann haben wir hier alles soweit schon mal in der Tasche, im Griff. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo tatsächlich nochmal Zombies reinbeschwören müssen. Ich glaube, ja. Ich glaube, hier brauchen wir nochmal welche in diesen Einheiten. Ja, jetzt der Ansturm und so weiter hat nicht so funktioniert, wie ich es mir gehofft habe. Wir spielen hier aber auf legendär. Das heißt, wir können nicht so einfach dann das Ganze ändern und eine neue Planung machen. Weil wir hier nämlich leider darauf angewiesen sind, dass wir durchgehend das Spiel laufen lassen. Und das ist natürlich ein Problem. Und wenn dann irgendwas nicht so funktioniert. Ansonsten macht man halt einfach Pause und organisiert sich nochmal neu. Jetzt müssen wir halt improvisieren. Das funktioniert aber auch in der Regel. Ist halt alles so ein bisschen blöd gelaufen. Aber da kommen wir durch. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. Ihr kennt das. Ihr wart bei allen Sachen dabei. Ihr wart immer mit dabei, wenn wir hier großartige Sachen erlebt haben. Jetzt kommt hier nochmal ein Vagolf mit dazu. Dann sollte es alles hier passen. Du musst hier gerne noch einmal raufgehen. Auf die Musketen schützen. Die Flederbäste ist hier drin. Sind hier gefährliche Einheiten für ihn. Ja, die Bergwerker sind okay eigentlich. Das sollte für den Moment passen. Sefico könnte sich selber heilen. Oder nochmal Zombies beschwören. Wir werden das erstmal offen halten. Was wir machen. Auf jeden Fall kann er nochmal in die Luft gehen und hier ein bisschen unterstützen. Denn wir haben natürlich noch die Wiederkehr des Untodes, die wir noch gar nicht eingesetzt haben. Und ich heile ihn doch nochmal. Ich heile ihn doch nochmal. Diese Girobomber sind natürlich super nervig. Und es ist auch super nervig, dass Sefico jetzt hier nicht in die Luft gegangen ist. Aber dann soll er halt hier mit unten kämpfen. Auch das sollte hier nicht mehr das Problem sein. Wir kennen es bereits. Alarik Ranusson werden wir hier nicht angreifen. Weil wir natürlich hier nichts haben, was so richtig stark gegen ihn ist. Natürlich haben die Gespenster einen Bonus gegen ihn. Natürlich ist es nicht verkehrt, mit zwei Handwaffen auf ihn raufzuschlagen. Natürlich könnten wir unsere Luftstaffel auf den feindlichen Kommandanten raufschicken. Aber in der Zeit, oder die Zeit, die wir brauchen, um ihn hier runter zu prügeln. Ihr seht eine Rüstung von 139. Ihr seht einen Nahkampfabwehrbonus von 90. Das dauert so lange, dass er mit seinem 64 Nahkampfangriff und 460 Waffenstärke so viel austeilen würde, dass sich das für mich nicht lohnt. Das lohnt sich einfach nicht. Deswegen ziehe ich hier Sefico auch raus. Der soll sich nämlich hier gar nicht um den feindlichen Kommandanten kümmern. Da habe ich wirklich keine Lust drauf. Wir konzentrieren uns hier wirklich auf den... Wir konzentrieren uns hier wirklich einfach auf die Hauptarmee. Und wenn die zerstört ist, dann wird natürlich hier auch der feindliche General irgendwann auf die Idee kommen. Ja, vielleicht muss ich mich geschlagen geben. Eventuell kriege ich das nicht mehr hin, diese Schlacht zu drehen. Und von daher machen wir das lieber so. Ist mir lieber. Ist mir wirklich, wirklich lieber. Ihr könnt gerne nochmal spucken. Dann könnte er vielleicht schon zerstört werden. Ja, sieht sehr gut aus. Und der Girobombe hier hinten ist kurz vor der Flucht. Dann haben wir hier noch unsere Fliederbestien. Und das ist hier die Massenflucht des Feindes. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und da werden wir jetzt natürlich weiterhin verfolgen. Gerade jetzt ist es sehr wichtig, auf Alare Granusson zu gehen. Ihr habt diesen riesen Blob gesehen an Feinden. Und uns ist es natürlich jetzt ganz besonders wichtig, dass wir die Feinde so weit wie möglich jetzt auseinander treiben können. Dass wir richtig stark sind und richtig viel anrichten können gegen die Feinde. Und da ist selbst so ein einzelner Kommandant, der überlebt, richtig gemein. Gerade bei den Zwergen. Gerade bei den Zwergen. Ihr geht hier einmal hinterher. Ihr macht das hier ganz gut. Hier sind die Gespenster hinterher. Hinterher, das ist sehr gut. Also sehr gute Schlacht bis hierhin. Habt ihr gut gemacht. Sehr viel Kurs auf dem Boden. Ihr sieht das. Also wenn so ein Girobomber zerstört wird, dann gehen hier diese Lufteinheiten gerne einmal auf dem Boden rauf. Ergibt sich mir nicht der Sinn. Aber, ähm, ja, müssen wir mit rechnen. Das heißt, wenn wir so Girobomber, Girokopter oder weitere Flugeinheiten über der feindlichen Hauptarmee zerstören, müssen wir damit rechnen, dass unsere Flugeinheiten dann auch runtergehen. Auch wenn das, äh, von der Sinnhaftigkeit nicht unbedingt gegeben ist. Weil wenn der ja schon abstürzt, also ich weiß, woran das liegt. Das liegt daran, der stürzt ab und der Angriffsbefehl ist noch. Und dann geht er halt mit runter. Aber, ähm, wenn er schon tot ist, brauchen wir ja nicht mit runtergehen. Allerdings kann man natürlich auch sagen, und das ist vielleicht auch nicht verkehrt, ähm, dass eventuell auch die Feinde so schlau sind und sagen, hey, bevor wir tot sind, gehen wir einmal auf den Boden runter, um den Feind auf den Boden runterzuziehen. Aber hier an dieser Stelle hätte es natürlich keinen Sinn gemacht. Deshalb bin ich mir relativ sicher, dass das einfach, in Anführungszeichen, ein Bug ist, der einfach versucht, hier, ja, den Angriffsbefehl noch nach dem Tod fortzusetzen. So, wir verfolgen, wir verfolgen, wir verfolgen. Ich hab euch eben erklärt, wie wichtig das für uns ist. Alaric Ranosson hielt so viel aus. Wir verfolgen ihm mit der gesamten Armee. Und er ist einfach nicht tot zu kriegen. Und stellt euch vor, er wäre die ganze Zeit mit im Kampf, mit im Gefecht drin. Und würde uns die ganze Zeit 400 Schaden reindrücken. Das ist viel zu heftig. Also die Zwergenbosse, die Zwergenlords, die Zwergenhelden sind einfach viel zu stark. Und da haben wir ihn gerade noch am Rand bekommen. Sehr gut, wir beenden das Gefecht. Ein entscheidender Sieg, anstatt eines Pyrus-Siegs. Und statt der gesamten Armee haben wir 82 Einheiten verloren. Hauptsächlich bei den sensiblen Blutrittern, Sensenreitern und Gespenstern. Alles sensible Einheiten. Ansonsten unsere großmonströsen Einheiten, alle gut überlebt. Diese Armee von Seffiko ist weiterhin einsatzfähig. Und das, obwohl wir hier so ein Fail hatten am Anfang. Dass die Aufstellung nicht so richtig wollte, wie ich wollte. Aber das haben wir sehr gut improvisatorisch noch hinbekommen. Aber wir sind natürlich auch ein bisschen darin geübt zu improvisieren. Von daher hat das alles ganz gut funktioniert. Es wäre aber natürlich angenehmer mit einer Pausefunktion gewesen. Aber so müssen wir dann einfach mal durch den Stress durch. Und das Schöne ist ja, bei solchen Stressmomenten, dass wenn es dann geklappt hat, man umso belohnter rausgeht. Das ist ja auch so der Reiz, den ich bei Soulslike Games so verspüre. Weshalb ich auch diese Art von Spiele sehr gerne mag. Alaric Ranulfson wurde vernichtet. Und wir holen uns die Armee Verstärkung, ist ja klar. Denn wir haben hier noch einige Schlachten vor uns. Sundre Mehedur ist jetzt hier. Und wir könnten eventuell mit Jester hinterher gehen. Und könnten dann sogar zu zweit auf ihn raufklopfen. Oh, jetzt habe ich Manfred genommen. Ist aber genauso in Ordnung. Das ergibt eigentlich keinen Unterschied. Und er haut ab. Er haut ab. Feige, feige, sauer. Hinterhalt verhindert. Ah, jetzt kommen hier die ganzen Sachen vom Anfang der Runde. Alles klar. So, Manfred kann jetzt hier nicht mehr viel machen. Das heißt, er geht in den Todesploppen mit Zephiko. Und kommt Jester noch irgendwo ran. Ja, nicht so richtig. Das heißt, wir haben eine Armee des Feindes schon mal besiegt. Sind jetzt im Todesblop. Und gucken einmal kurz, ob hier die Verstärkung ganz gut funktionieren. Ja, nicht so hundertprozentig, wie ich es mir vorstelle. Ja, jetzt sollte... Jaja, jetzt verstärken wir uns. Das war eben noch nicht der Fall. Also, dieser kleine Pfützechen hat hier eben wirklich den Unterschied gebracht. Das ist gut. Jetzt unterstützen sich hier alle gegenseitig. Und dann sollte nicht so viel passieren. Ich weiß, die Zwerge haben teilweise auch den Blitzschlag als Möglichkeit. Aber, wichtiges aber, jede Armee von uns würde gegen diese Sundrim-Armee oder auch gegen diese Skyf-Armee gegen ankommen. Denn der Blitzschlag schließt ja auch bei den Zwergen dann aus, dass sie Verstärkung bekommen. Von daher ist das für mich gerade wirklich in Ordnung, wie es hier ist. Das hier ist ein guter Blob, da kommt der Feind nicht vorbei. Und wir können uns mit unseren Blitzschlägen dann immer weiter vorfressen. Dieser Blob, diese Barrikade, diese Barriere, die hier von den verteidigenden Zwergen aufgestellt wurde, den werden wir durchbrechen. Wir haben Hammer und Meißel dabei und sind bereit, die Steinwände der Zwerge einzureißen. Ja, wollen wir hier so einen Hexenfeuerbrenner bauen? Lohnt sich das? Ja, man könnte hier so ein bisschen Korruption verbreiten. Finde ich jetzt aber nicht so spannend. Okay, wir können auch einmal ganz kurz rüberschauen, ob wir hier irgendwo noch was ausbauen können. Denn wir haben ja gerade Geld. Und da schauen wir auch einmal kurz rein. Wasser des ewigen Lebens gibt es auf jeden Fall ein bisschen was. Sehr schön. In Katar gibt es was. Da bauen wir natürlich alles ein bisschen aus. Aber da haben wir auch schon wieder kein Geld mehr. Okay, das ist gut. Haben halt ein super Einkommen. Wir könnten noch eine Armee aufstellen. Aber ich sehe gerade nicht die Notwendigkeit. Wir haben hier wirklich drei Elite-Armeen. Ja, wie gesagt, bei Sefico ist mir so, dass... Auch bei Jester ist mir das Verhältnis von Geist zu den anderen Infanteristen noch nicht ganz lieb. Und Sefico, bei Sefico hätte ich gerne vielleicht noch eine Flederbeste mehr. Aber es sind trotzdem Elite-Armeen. Es sind trotzdem absolute Elite-Armeen. Dann haben wir hier unten Katuni mit so einer durchwachsenen Armee. Das ist noch nicht super Elite, aber es kommt auch sehr nah ran. Also wenn wir jetzt auf der Tierliste sind, ist das ein B-Plus-Tier, was sie hier dabei hat. Definitiv. Also damit kommt sie auch sehr gut voran. Denn Wallace ist ja auch mit seiner Elite-Armee richtig stark. Also diese Komposition ist halt wirklich sogar fast mit die stärkste mit den Helden hier. Die dann auch nochmal die Verstärkungsrate buffen und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr gut. Wir haben jetzt unterm Strich fünf Elite-Armeen. Damit kommen wir erstmal klar und wir können jederzeit eine neue aufstellen. Wir bauen unsere Landen aus. Wir investieren darin, noch mehr aus- oder noch mehr einzunehmen. Und auch da rein, dass unsere Verteidigung noch besser wird. Also ich bin wirklich zufrieden, wie es gerade läuft. Wir können hier auch nochmal eine Blutlinie erwecken. Dann nehmen wir aber erstmal hier diese Übersicht weg. Wunderbar. Und können uns entscheiden, ob wir die Lamianer nehmen. Kampagnen-Sichtfeld. Nachfolgende Runde 150 Prozent. Könnten wir nehmen für Dan Wallace. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Oder wir sagen hier, was gibt es hier Neues? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ach, wir bekommen mehr Gruftschrecken bei Tote erwecken. Ja, ist auch nett. Ist auch nett. Wir nehmen mal hier das hier. Damit wir dann hier einmal sehen, was hier noch auf uns zukommt. Denn wir sehen Tiana Win. Das ist jetzt erstmal nicht die größte Bedrohung. Aber wenn hier jetzt noch viel kommt, das könnte schwierig werden. Also wir schauen mal. Und dann gehen wir auch schon eine Runde weiter. Ich bin stolz wie Bolle. Ich meine wie Mordem. Denn Mordem Stolzbart wurde hier im Tunnelwegenetz abgefangen. Von Sefico. Richtig stark gemacht. Und wenn wir das automatisch machen, würden wir nur eine Einheit verlieren. Das kann man machen. Denn die wird ganz ganz sicher wieder erweckt. Wir machen das mal. Und holen uns hier die Verstärkung natürlich. Und er wird nicht wieder erweckt. Und nein, dann hätten wir das doch spielen müssen. Ich war mir so sicher, dass diese eine Einheit wieder erweckt wird, wenn wir eine ganze Armee zerstören. Oh Mann. Aber, naja gut. Damit können wir leben. Damit können wir wirklich leben. Dann wird die Heid wieder erweckt. Irgendwann. Und muss ich dann auch mal ein bisschen trainieren, damit wir die Goldstufe dann auch wiederbekommen. Ist nicht so schlimm. Und da sind wir mit unserer Blob-Strategie. Sefico hat leider einen Mann verloren. Aber das war hier schon richtig gut. Wir haben zwei große Armeen rausgenommen. Und der Feind kommt hier auf die Idee, ganz schnell abzuhauen. Das ist auch das Einzige, was er kann. Das Einzige, was er, ja, halbwegs gut machen kann, um hier nicht ganz auseinandergenommen zu werden. Aber Jester riecht hier natürlich die Möglichkeit, hier richtig schön Panik und Unruhe zu treiben. Und da holt er sich erstmal die 15er Armee raus. Da holt er sich erstmal die 15er Armee raus. Und am Molgo wahr Auge. Und macht es im Blitzschlag. Und dann kriegen wir das nicht hin. Nicht im automatischen Gefecht. Ich hab ja schon gesagt, das hier wird heute wahrscheinlich die Folge der manuellen Gefechte. Da gehen wir direkt rein. Wir haben gerade ein automatisches Gefecht gemacht. Das war in Ordnung. Konnte man machen. Aber wir haben eine Einheit verloren. Der Rest ziemlich angeschlagen. Das können wir mit Jester jetzt nicht machen, weil wir noch zu viele Zwergenarmeen des Feindes haben. Das heißt, wir müssen hier bedacht vorgehen. Sehr schön ist bei Jester, dass wir hier sehr, sehr viele Flederbestien haben. Und eine schöne Schlachtreihe aus Zweihandwaffen. Das heißt, dass wir die Gespenster voll und ganz auf die Flanken setzen können. Und da der Feind nur 15er Einheitengröße hat, können wir hier tatsächlich viel übers Flankieren erreichen. Das ist sehr, sehr schön. Also hier kommen unsere Zweihandwaffen hin. Dann haben wir hier drüben ein paar Gespensterchen. Und dann haben wir hier drüben auch nochmal ein paar Gespensterchen. Und ihr seid Steugruppe 1. Ihr seid 4. Und ihr seid 5. Die Flugstaffel ist Steugruppe 2. Dann haben wir hier noch die Mordechreine. Die kommen sehr weit an die Ränder, damit die Gespenster auch noch gebufft werden am Ende, wenn die da zustoßen. Wir haben hier ein Varghulf, wir haben einen Gruftschrecken. Wir haben keinen Helden dabei. Die kommen noch zu Steugruppe 1. So. Die werden gesperrt. Und ihr hier seid Steugruppe 4. So. Sollte jetzt alles da sein. Wunderbar. Und Steugruppe 2 kommt hier auch schön nach vorne. Und dann können wir das Gefecht starten. Ihr geht nach vorne. Ihr hier. Ihr geht auch mit nach vorne. Und zwar schön hier hin. Während die Gespenster sich auch richtig schön hier positionieren. Diese Gespenster positionieren sich hier. Und dann können wir gleich schön die Zange zustechen lassen. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. So. Und Jester, hey Stein. Zeig mal, was du kannst. Zeig mal, dass du genauso gut darin bist, hier mit einem Seenwind durch die Feinde durchzugehen. Eine ungewöhnliche Machart, den Seenwind so zu schicken. Aber es ist auch ungewöhnlich, wie sich der Feind hier zeigt. Und demnach ist das für uns auch in Ordnung, ein wenig ungewöhnlich hier reinzugehen. Und da ist natürlich ein schöner Blob, wo man mal reinspucken kann. Einfach mal reinspucken. Manchmal muss man auch durch Spuckangriffe zeigen, was man vom Feind hält. Jetzt müssen wir ein bisschen schauen, dass wir... Ja, genau. Dass wir hier diese Fernkämpfer gut gebunden bekommen, bevor hier gleich blöde Dinge passieren. Also die kriegen schon mal was ab. Und dann gehen wir hier schon mal rein. Denn die Steuerruppe 1 sollte gleich in Stellung sein, um hier zu unterstützen. Hier die Flederbestien kümmern sich um die Flugeinheiten. Das ist soweit in Ordnung. Rennt ihr auch alle? Ja, ihr rennt. Alles klar. Ihr seid einfach nur langsam. Damit kann ich leben, aber auch nur vorerst. Denn wir brauchen jetzt definitiv die Unterstützung. Und da gehen wir hier rein. Und da gehen wir hier rein. Und ihr geht auch gerne einmal rein. Weil ansonsten haben wir ein großes Problem, weil Jester sonst hier zu sehr... Ja, zu sehr mit Leidenschaft gezogen wird. Aber wir können hier gerne nochmal Zombies rein beschwören. Damit auch hier Molgovar Augehül selbst ein bisschen rauskommt. Und dann können wir hier das Ganze auch nochmal ein bisschen buffen. Hier können wir auch nochmal den Buff raushauen. Und dann kommt hier die Hauptarmee rein. Und die Gespenster kommen rein. Das ist richtig schön. Das ist richtig, richtig schön. Das funktioniert auch soweit. Und Jester kann gerne im Nahkampf bleiben. Das funktioniert so gut, dass ich hier wirklich Jester im Nahkampf lassen kann. Ihr könnt gerne mal hier mit rein. Ihr kommt nicht weiter. Aber ihr sollt gerne weiter gehen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter rauf. Immer weiter rein. Damit wir die Feinde gut binden können. Das ist relativ wichtig. Und ihr spuckt einmal rauf. Ihr spuckt einmal rauf. Dann sollte der eigentlich Geschichte sein. Wenn ihr kein Friendly Fire macht. Ja, leider ein bisschen Friendly Fire. Ist aber in Ordnung. Und du darfst auch einmal spucken bitte. Einmal rauf spucken. Und hinterher. Sehr schön. Funktioniert. Er hier kommt niemals wieder. Und er auch nicht. Gut, dann gehen wir zurück. Und dann dürfen sich die Flederbestien hier gerne mal nicht auf die Slayer stürzen. Sondern auf die Eisenbrecher. Sehr schön. Die Slayer bekommen. Die bekommen ein wenig Liebe. Und zwar von unserem Seelenwind. So. Seelenwind natürlich jetzt nicht auf viele Feinde leider angewendet. Aber so haben wir wenig Friendly Fire. Und die Slayer sind natürlich ein großes Problem für uns. Und so können wir hier unsere Gespenste noch ein bisschen retten. Die hier auch nochmal gebufft werden. Und dann sollte das passen. Und da gehen wir auch nochmal in die Heilung rein. Und dann sollten die Slayer hier auf jeden Fall rausgenommen werden. Die sind ja unerschütterlich. Das bedeutet, die fliehen nicht und kämpfen bis zum bitteren Ende. Molgo wahr Auge. Ist er auch unerschütterlich? Oder was ist hier los? 100 Führerschaft ist eigentlich der Wert, den unerschütterliche Einheiten haben. Hier sehen wir das aber nicht. Kann aber sehr gut sein, dass Molgo wahr Auge tatsächlich mit seinen 100 Führerschaft auch niemals fliegt. Und das wird auch so sein. Obwohl er den Trade nicht hat, unerschütterlich. Das heißt, er hat sich das einfach durch seine Werte erkämpft. Nein, doch nicht. Doch nicht. Er wurde gebrochen. Die 100 Führerschaft. Er hat sogar 124 Führerschaft. Aber trotzdem haben wir es brechen können, weil er den Trade nicht hat, unerschütterlich. Alles klar. Sehr schön. Dann kommen wir hier sehr gut weiter. Gefällt mir richtig gut. Also, sehr schön gemacht, Jester. Sehr schön gemacht. Einst als Joker in das Spiel gekommen. Heute zum absoluten Eckpfeiler hochgearbeitet. So möchte ich das sehen. So, was haben wir hier hinten? Eisendrachen, Trollhammer, Harpune. Einer wird nicht wiederkommen. Das ist in Ordnung. Das haben wir hier. Zwei Orgelkanonen ist auch in Ordnung. 23 Langbärte. Da würde sich doch nochmal lohnen, hinterher zu gehen. So, und dann beschleunigen wir das Ganze. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier schon viel erreicht. Können uns hier gerne nochmal ein bisschen blobben. Und auch ihr könnt hier gerne nochmal mit reingehen. Ihr da hinten braucht eh keine Unterstützung mehr. Nein, hier mit rein. Und dann gucken wir mal, ob wir hier nochmal eine schöne Heilung reinbekommen. Für die geschwächten Gespenster. Das wäre doch eigentlich eine schöne Geste. Und dann gehen wir hier nochmal rein. Und ihr seht, wie hier die Lebenspunkte hochgehen. Vielleicht kriegen wir das noch einmal hin. Vielleicht kriegen wir das noch einmal hin. Ihr könntet das auch nochmal ein bisschen gebrauchen. Das heißt, ihr geht mal da mit rein. Und haben jetzt noch einmal eine Heilung. Das würde mir richtig gut gefallen. Und die Heilung kommt. Ja, und hier sehen wir, die Lebenspunkte steigen. Es werden Geister wiederbelebt. Sehr, sehr schön. Es sind ja keine Geister. Ich sage immer, Geister sind ja Gespenster. Aber ihr wisst ja sicherlich immer, was ich meine. Und dann werden wir nochmal heilen. Wir nehmen das alles mit. Wir nehmen das alles mit. Das ist ja selbstverständlich. So. Und die werden hier gut wiederbelebt. Und ihr seht das. Wir sind wieder mit einer Armee hier am Ende da. Die eigentlich nicht beschädigt ist. Und das ist halt einfach super stark. Das ist einfach super stark. Dass wir hier so gut vorankommen. Ben, das Gefecht. Haben einen entscheidenden Sieg. Haben keine Einheiten verloren. So wie es uns offenbart wurde. Haben nur 10 Modelle verloren. Was super stark ist. Und das sind halt einfach nur ein paar Gespenster. Aber die sind ja sowieso sehr anfällig. Wir haben sogar einmal Gespenster gegen Slayer kämpfen lassen. Die sind fast gestorben. Also wirklich ganz, ganz toll gemacht. Hier von Jester Hellstein. Nein, er kann wirklich stolz auf sich sein. Was hat überlebt? Gyrokopter und eine Flammenkanone. Der Rest müsste tot sein. Das könnte sogar sein, dass dadurch die gesamte Armee ausgeschaltet wird. Weil für diese beiden wird die Armee glaube ich nicht mehr weiter bestehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch manchmal werde ich auch hier überrascht. Manchmal gibt es dann doch nochmal die Überraschung. Und es überlebt einfach nur eine Flammenkanone in der Armee oder so. Wir schauen uns das mal an. Wir schauen uns das mal an. Aber richtig gut. Unser Blob des Todes. Unser Blob des Untergangs. Ist einfach richtig stark unterwegs. Und holt hier einen Feind nach dem anderen raus. Und es ist einfach viel zu schön um wahr zu sein. So, wir nehmen noch die Verstärkung. Ne, das macht keinen Sinn. Für 10 Leute. Für 10 Verluste. Da nehmen wir lieber die Erfahrung mit. Da nehmen wir lieber die Erfahrung mit. Und ja, es hat was überlebt. Zwei Einheiten, nicht wahr? Ja, zwei Einheiten. Alles klar. So, dann schauen wir mal, ob wir hier noch mit rankämen. Mit Sefico leider nicht. Mit Jester kommt auch nicht weiter. Und Manfred. Manfred käme hier ran. An ihn. An Sundrim Heldur. Dann lass uns doch gemeinschaftlich zu Sundrim gehen. Da geht sehr viel Co dahin. Und Manfred geht dahin. Vielleicht kriegen wir dann sogar noch mal eine automatische Schlacht hin. Das sollte ja eigentlich passen. Und hier ist eigentlich nichts mehr da. Können wir auch gleich alles auseinander nehmen. Richtig gut. Prussik. Was stirbt? Das eine oder andere stirbt. Ach, weil beide Armeen des Feindes mit reinkommen. Das ist ja ideal. Die können sich auch verstecken. Ich dachte, die sind zu weit auseinander. Das ist ja ideal. Das ist ja richtig ideal. Ja dann. Was würde denn sterben? Einmal zwei Handwaffen. Leitheimsucher. Die. Ich glaube, die erwecken sich wieder. Ich habe das vorhin schon gesagt. Aber das sind kaum Verluste für das, was wir hier zerstören können. Wir machen das automatisch. Wir machen das automatisch. Das brauchen wir nicht spielen. Wir wissen ja, dass wir das locker hinbekommen. Der hat sich wieder erweckt. Er hat sich wieder erweckt. Er hat sich wieder erweckt. Und er auch. Alles gut. Wir haben nichts verloren. Richtig gut gemacht. Wir nehmen sogar noch die Armeeverstärkung mit. Und haben hier alles zerstört von den Feinden. Was wir nur zerstören konnten. Der gesamte gegnerische Block. Die ganze Barrikade. Die ganze Bastion. Der Unvergänglichkeit. Wurde. Vernichtet. So. Wir kuscheln hier mal ein bisschen. Und ihr seid auch alle zusammen. Nicht wahr? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das passt. Richtig stark. Er hier kann eh nichts mehr machen. Er zerfällt eh gleich. Wird einen neuen Kommandanten bekommen. Alles klar. Soll er machen. Und dann können wir uns hier tatsächlich Todesklamm holen. Das hier war richtig stark. Und dann können wir die Zwerge angreifen. Und dann uns um die blutige Hand kümmern. Und wie wir es schon letztes Mal gesagt hatten. Das ist wirklich gut. Jester hat sogar noch ein Level abbekommen. Auch da gucken wir natürlich nochmal rein. Und wir können ihm weniger Verschleiß geben. Das wäre gar nicht so verkehrt. Aber wir gehen erstmal auf die Wagen des Untodes. Jetzt könnten wir hier die Fluchritter und Blutritter buffen. Oder die Monster. Ja, finde ich alles nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Wir könnten ihm noch ein bisschen was geben. Dass er widerstandsfähiger wird. Mehr Rüstung oder mehr Nahkampfabwehr. Solche Sachen könnte man ihm geben. Oder halt weniger Verschleiß. Oder mehr Erfolgschance für Hinterhalte. Ich würde ihn, glaube ich, buffen wollen. Und ich gebe ihm jetzt in allererster Linie erstmal Rüstung. Weil Rüstung immer hilft. Auch bei feindlichem Beschuss. Während Nahkampfabwehr nicht immer hilft. Wir gehen mal auf die Rüstung rauf. Okay. Wir sind bei 110. Das ist schon ziemlich stark. Nahkampfabwehr nochmal hoch buffen. Und dann ist Jester eigentlich schon fast richtig gut ausgestattet am Ende. Richtig gut, was wir hier erreicht haben. Richtig, richtig gut. Wir können richtig stolz auf uns sein. Hier unten ist auch alles soweit in Ordnung. Wir haben richtig viel Geld. Und mit dem Geld können wir gleich noch ein paar Dinge. Aber erstmal schauen wir mal, was bei Dan hier hinten los ist. Und Tanoin greift tatsächlich sogar an. Tanoin greift tatsächlich sogar an. Das ist ja spannend. Naja, wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich würde sagen, wir greifen auch an. Dafür ist ja Dan Wallace hier. Wir haben keine Garnisonen, interessanterweise. Und wir werden das automatisch machen, weil wir nichts verlieren. Und Tanoin wurde in Schädelschnitzers Bleibe auf den Meeresgrund geschickt. Und wir gehen rein in die Armee Verstärkung. Gerne. Gerne, gerne. Und Dan Wallace muss sich wieder ein bisschen heilen. Hat aber hier natürlich mit Naka jemanden dabei, die sehr gut helfen kann. Bei der Verstärkung richtig gut. Und hier werden neue Armeen ausgehoben. Hier sehe ich erstmal keine Bedrohung. Das bedeutet, wir heilen weiter, wie geplant. Aber das können wir auch hier an der Grenze machen. Damit wir nämlich dann hier auch definitiv raufstürmen können. Wir könnten uns auch einen Dämmungsgipfel reinsetzen. Aber ich weiß nicht, ob es dann reicht. Wobei, hier ist eine Straße. Wir machen das. Wir gehen mal in den Dämmungsgipfel rein. Damit wir die maximale Verstärkung bekommen. Sehr, sehr schön. Hier wird weiterhin gebaut. Und zwar die uralte Waffenkammer. Ihr wißt, was da bei passieren wird. Und dann gehen wir eine Runde weiter. Und schauen mal, was wir hier noch weiter erreichen können. Euer Verbündeter wurde angegriffen. Verleiter des Lanesh. Ist der Angreifer. Und Anhänger des Nagash ist der Verteidiger. Das heißt, N'Kari wird es sein. Das wird hier N'Kari sein. Verleiter des Lanesh greift an. Die Hochelfen, Dunkelelfen, Winterzahn. Also hier Throg. Throg. Harkref von den Dunkelelfen. Kriegsheeren der Schattengeborenen. Also Tiermenschen. Ivres, also Imrik. Und hier haben wir Tyrion. Das ist ja ein großer Krieg. Das ist ja ein richtig großer Krieg. Wenn wir ablehnen, würden wir das Bündnis auflösen. Wir können jetzt hier leider nicht viel anzeigen lassen. Ich würde jetzt gerne sehen, wie stark sind denn N'Kari und Konsorten. Wie steht es um deren Stärkerang und so weiter und so fort. Das würde ich jetzt alles gerne einsehen. Kann ich leider nicht. Das ist das Problem. Ich würde gerne an der Seite meines Verbündeten den Krieg beitreten. Ich weiß halt nicht, wie stark die sind. Weil ich habe jetzt keine Lust, ehrlich gesagt, dass wir jetzt hier die ganze Zeit, dass wir die ganze Zeit hier von der Westküste irgendwie Slanesh-Anhänger auf die Insel geschickt, also in den westlichen Dschungel geschickt bekommen. Oder die Hochelfen reinbrasseln. Natürlich, wir haben hier unseren Puffer, unsere Pufferzone, aber es hindert sich ja nichts daran, hier was mehr zu kommen und uns hier unten anzugreifen. Aber wir sind mal ehrhaft. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wir sind mal ehrhaft und kämpfen an der Seite unseres Verbündeten. Aber so viele Feinde wollte ich mir eigentlich nicht mehr machen. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Dafür, dass wir eigentlich dabei waren, unseren Frieden zu konsolidieren. Nur noch gegen die Zwerge und gegen Ternuin zu kämpfen. Und Oxiote wird sich ja auch noch anmelden. Und die blutige Hand auch noch. Kommt hier doch nochmal richtig große Spannung rein in diese Kampagne? Es ist Festtag. Wir sollten ein Abkommen zwischen uns erwägen. Handelsabkommen mit Ostmark. Mit diesen kleinen fritzeligen Typen hier hinten. Die so ein bisschen die Schweiz sind. Naja, die Schweiz würde zumindest Handel treiben. Ja, sie versuchen es ja zumindest. Kein Bündnis, kein Krieg. Neutraler geht es gar nicht. Ostmark, wir nehmen das mal an. Wir nehmen das an. Mehr Geld ist immer gut. Ich kann auf jeden Fall mit mehr Geld was anfangen. Jetzt ist die große Frage, wie es jetzt hier aussieht. Wir müssen erstmal schauen, wie es mit den Zwergen aussieht. Ja klar, Karas Akarag kommt zur Hilfe mit Kurgan Steinherz. Das sollte aber nicht ganz so schlimm sein. Billiger Eisenhammer hier unterwegs. Das ist ein Problem, weil er super stark ist. Aber nur eine Fünferarmee. Da könnten wir noch intervenieren und ihn daran hindern zu rekrutieren. Das wäre witzig. Aber hier schon die nächste Armee von Karas Akarag. Also die kommen zur Hilfe und zur Unterstützung. Aber unser Verbündeter auch hier, König Nebemarket, aber sehr, sehr stark angeschlagen. Wie sieht es denn mit den anderen Armeen unseres Verbündeten aus? Wo ist er denn so unterwegs gerade? Hier hinten hat er eine Armee. König Ojas. Keine Ahnung, was der macht. Wo sind die anderen Armeen? Die gehen gen Norden. Was er dort vorhat, niemand weiß es so genau. Hier oben hat er ja auch eine Konklave. Warum auch immer. Hier hat er eine Konklave. Ja, wir wissen nicht so genau, was er da macht. Aber hier Todesklamm ist natürlich auch fällig. Das ist sehr cool. Da können wir in der nächsten Folge eine Armee hier raufschicken und zwei Armeen, die sich dann hier um diesen Kram kümmern. Das sieht schon sehr gut aus. Aber viel, viel wichtiger noch ist hier hinten. Was wir hier hinten noch erreichen können. Denn wir haben hier jetzt gebaut die uralte Waffenkammer. Und da können wir dann eventuell einen Fluchfürst rekrutieren. Können wir nicht. Denn wir haben nicht die Kapazität. Das war das, was ich schon vermutet hatte, dass wir das nicht können. Die Kapazität könnte man erhöhen. Wenn man hier diesen Reliquien-Schrein baut. Wie sieht es denn in Casa Bar aus? Haben wir so etwas dort? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das schauen wir nochmal rein. Nein. Ist aber auch nicht ein Fünfer. Ist noch kein Fünfer hier geworden. Okay. Alles klar. Ja. Dann muss es wohl oder übel dann muss es etwas anderes werden. Und zwar ein Nekromant. Wir haben einen scharfsinnigen Nekromanten mit mehr Kampagnen mit mehr Kampagnen Sichtfeld. Ja. Ist nett. Oder einen entschlossenen mit Führerschaft. Und er ist immun gegen Psychologie. Und da holen wir auf jeden Fall diesen entschlossenen Nekromanten mit dazu. Der sich hier bei Dan Wallace gleich dazu gesehen wird. Wer wird dafür weichen? Ich glaube die Wahrgeists kann ich am schlechtesten einsetzen in diese Armee von Dan Wallace die muss ich immer wieder zurückschicken. Das heißt obwohl das die Regiments of Renown ist schmeißen wir sie raus. Wir können sie ja jederzeit wiederholen auch auf der höchsten Stufe. Und dann kommt der hier mit rein. Und wie heißt er? Er hat einen ganz besonderen Namen. Er heißt Rot nicht Jäger sondern der Schlechter. Und damit haben wir unsere RP Ziele unsere RP Quest von Dan Wallace abgeschlossen. Wir haben die Bleibe des Schädeschnitzers erobert. Ich weiß eigentlich war was anderes gemeint. Aber wir müssen hier so ein bisschen die Regeln beugen. Und ich finde das eigentlich ganz nett hier. Und das muss ja auch nicht hier sein. Das kann ja auch irgendwo hier weit vergraben sein. Beschützt von Ternawin der aber das Grab nicht beschützen konnte. Denn wir haben es geplündert. Ternawin deshalb auch direkt hier auf die Stadt gegangen. Obwohl er gar keine Chance hatte zu gewinnen. Einfach aus dem Grund weil es hier so wichtig für ihn war diesen Ort zurück zu erobern. Auch wenn es gar nicht mal so sinnvoll ist von seiner Seite. Und dann haben wir hier rot der schlechter und natürlich passt zu einem schlechter auch ein Nekromant und der geht hier auch direkt auf Truppen auffüllen. Der soll hier als allererstes einmal die Armee stärken damit Dan Wallace noch schneller vorankommt noch mehr machen kann denn immer dann wenn er geschwächt ist helfen sowohl Naka als auch rot dabei dass die Truppen ganz schnell wieder aufgefüllt werden das ist richtig gut rot vor allem damit indem er ein bisschen rum schlachtet und die Anrufung von Nihek ist dann natürlich auch erstmal das erste was er lernt einfach damit er dann auch nochmal auf dem Schlachtfeld ein bisschen heilen kann und irgendwann wird er dann hier mit diesem leichen karren unterwegs sein das wird cool wenn er nicht stirbt naja die Unsterblichkeit ist nur ein kleiner Weg rot der schlechter wurde hinzugefügt und er kommt jetzt mit in die Armee rein und das schon in der nächsten Runde ich glaube wir haben das hier erfolgreich abgeschlossen sehr sehr stark richtig gut gemacht cool freut mich sehr und da gibt es natürlich noch ein kleines schönes Outro aber bevor wir zum coolen Outro kommen lasst mir gerne noch ein Like da und dann sehen wir uns schon in der nächsten Folge wenn hier das Duo Infernale naja es ist kein Duo es ist dann ein Quartett Infernale auch mit Kevin von Leutstein wenn die dann weiter nach vorne gehen und hier Tienowin weiter zerstören schaut euch an wie weit wir gucken können das ist ziemlich cool und wir sehen nicht viel Verteidigung das heißt wir können hier tatsächlich eine Menge reißen das ist so so cool also dann sehen wir uns schon das nächste mal wieder da war einst ein Mann er schlachtet gern doch der Sitte blieb er immer fern die Hexenjäger kamen sogleich führten ihn ins Todesreich doch der den belebt was eigentlich im Tode schwebt holt rot als